Heilige Leute und herzlich Willkommen bei nächster Folge bei Alice. Ach du schaltest nicht schon wieder, schon wieder. Ich hasse es. Ich war schon hier? Ich glaube nicht. Ja, und letzte Woche war ich nicht mehr, weil eine Woche her war Alice. Ich hatte viel zu tun. Leider habe ich vergessen, was wir am letzten Woche gemacht haben. Ich glaube, wie er war hier. Ich muss noch mal machen. Ja, lecky, lecky man. Ich hasse diese Rutsche. Ja, langsam. So, ja, gut, 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 gut. Das ist manchmal so schnell. Ich habe hier nicht, boah. Ach, nein, hier. Scheiße, muss ich da sagen, wir wollen oder was? Toll. Ich bin ein Kuchen. Ja. Also, Leute. Wie soll ich machen? Ich glaube, ich muss alles nochmal wiederholen. was war eine letzte folge ich muss alle wiederholen also leute bis später so leute wir sind wieder da und machen weiter mit dem mein unser aile ist ja ich glaube hier war mir letztes video na komm, na komm, ich kille dich na bitte nö ich bewege ok ok achso achso das machen wir ja so wahrscheinlich muss ich ja 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 achso oh ja jetzt machen oder habe ich schon wieder was mitpasst ja, habe ich gesehen was ist das was ist das aaah ist das was 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 das 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 z das ok jetzt Arm so zahlen Ich kann jetzt hin, ah, zahnen, zahnen, so, zahnen sammeln. Okay. Ja. Ah, jetzt verstehe ich. Ich denke, hey, was hat da aktiviert? Ich kann nicht in Luft schweben. Ja, schön. Das ist besser. Ey, du Scheiße, willst du mich verarschen? Ja, ja, geschafft. Ich weiß nicht, wie das wird. Ich noch mal ein bisschen eins. Puh, ist nichts passiert. Ah, deswegen wahrscheinlich. Wenn du das nicht abschießen, dann würde vielleicht rauskommen. Diese Egel rausgehen, weil das ist. Wir müssen schon wieder hier. Okay, sind wir eigentlich weiter. Ja. Sebastian. Was kommt jetzt? Ah, juhu. Nein. Was? Aha. Toll. Ja, schön. Ja, schön. Ah. Ich habe schon gedacht, ich werde weggegreifen. So, wir waren hier. Ich glaube, das war hier an uns gezeigt. Ja, genau. Ach du heilige Scheiße. Ich weiß jetzt, wieso müssen wir das machen. Letzte Sekunde. Ah. 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 Uh. Geschafft noch. Okay. Schlingen wir. Oh. Junge. Ach du das Scheiße. Ach du das? Ah ja. Und jetzt. Ich muss jetzt auf diese Fröhre zu vorn wahrscheinlich reinstrengen. Hallo. Ja. Jawoll. Geschafft. Was ist das? Ach so diese. Ding. Ding. Um sie. Um sie. Ah. So. Die machen mir eh nicht viel Schaden. Äh, ja. Wo wir jetzt auch da? Du auch! Verrückt einfach! Wie gibt's denn hier? Und diese Dinger? Ja, was gibt's hier? Geil! Eine Flasche! So! Jetzt... Was haben wir noch da? So Leute, ich werde jetzt sagen, machen wir eine kurze Pause. Jo! Und dann bis nächstes Mal! Tschüssi!